Auf Wiedersehen! Ja, da waren dann auch ganz junge Leute, natürlich Musiker, Fünsler, die da zusammenkommen. Und das ist richtig klasse. Und die Leute, die heute hier sind, haben Leute gefällt mir so gut, die haben uns auch aufschraubt. Oder rein zu kritisch, ja. Also, wir gucken mal die Nachrichtung, da gibt es schon ein Interesse, die ihr anstellt, über den Schülern in den nächsten Morgen. Und ich kenne die auch so etwas von der Arsch, die so sagen, für mich ist es auch die fünfte Stunde. Nee, das kennen wir da oben ja. Ja, aber richtig klasse. Was ist dein besonderes Highlight in der Zusammenarbeit? Auf dem Markt, von dir selber. Also, was im Moment schon erinnert ist, ich weiß nicht, ob du das einführen kannst, jetzt nicht diese hier rein, da raus Vorhänge. Hier rein, da raus? Ja. Was heißt das? Das ist dann eine von hier rein und an dem anderen da raus. Ah, okay. Ein sehr beliebtes Geschenk von Eltern für ihre Töchter. Echt? Hat das so bedeutet heute? Also, wie gesagt, im Moment ist das ja keiner. Ja, nein, da raus kann ich wissen, wo für der Bra wird. Also, es gibt auch noch zwei Karten zugegriffen, ich finde das ganz klasse. Susanna hat extra zwei Einschrittskarten mitgebracht. Hätten Sie mich für sowas, haben Sie Interesse? Wunderbar, wisst ihr was? Dass Sie das so toll gemacht haben, schenken Sie sich Ihnen, und Sie haben Ihnen ja bestimmt verladen, Sie haben ja bestimmt die letzte Bekanntschaft, schenken Sie sich Ihnen jetzt, die Sie bei der Anahme für den Homework-Fahrer. Ansonsten habe ich hier noch einen starken Flyer mitgebracht. Ach, schön. Ganz schön. Da ist kein Bild. Oh, kein Bild. Ja, gerne. Einfach rumgehen und rein rum. Ganz, ganz schön. Du wirst mir auch schon mal fragen. Du wirst natürlich sehr, sehr schön angehauen, so auch Geschenken, Ketten und was nicht alles. Jeder von anderen sagt, ich habe heute herzlichen Dank. Ja, das sind alles Unikate. Also, das sind so kleine Serien, dann wiederholen Sie schon, aber im Grunde sind das alles Einzelstücke. Klasse. Also wirklich brüderbar. Und die Teil ist jetzt so die Fähigkeit. Irgendwer wofür fängt das auf. Äh, ja. Also jetzt die, das ist jetzt die Frühjahrskollektion. Guck mal, wir sind voll über die Uhr und zehn. Super. Wie viele sind denn davon noch da? Das sind, äh, circa zehn Euro. Ja, sehr. Und, ähm, ja, diese, diese Uhrhänger, die ich gerade gezeigt habe, die werden jetzt zum Beispiel sieben. Ich habe aber auch, fängt bei drei an und geht bis 15 hoch. Ja. Also, das ist die mit der Medellin-Frau. Ja. 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 Da geht sogar ruhig. Ja, guck mal. Ja. Ja, guck mal. Die Uhr geht sogar. Es geht sogar nicht ständig. Wie für unsere Show, es geht weiter. Ja. Wie, ne? Und dein Forderung. Ja, hör mal. Vielen, vielen Dank Susanne, das war ganz, ganz toll. Aber nächste Woche ist das Ding, ne? Ja. Nächste Woche. Nicht morgen, sondern... Für alle Samstag- und Sonntag-Kommeld. Vielen, vielen Dank, großen Applaus an Susanne Acker. Das ist schön. Toll. Applaus